Tromi und Armin Ziltene wohnen direkt am Wallersee. Die beiden Pensionären geniessen die Natur und schätzen das Neuerholungsgebiet von den eigenen Haustüren. Tromi Ziltene hat eine lange Leidensgeschichte hinter sich. Heute hilft ihr im Alltag einen speziellen Schuh mit einer Luftküssi-Sola. Ich hatte ein Rückenproblem. Ich habe einen Fuss auf der linken Seite, der 2,5 cm zu kurz ist. Ich habe X Sachen ausprobiert. Mein Problem ist schon aus Kindheit. Es war ein Geburtsschaden. Und zuallererst bin ich auf einen MPT gegangen. Ich dachte, das sei das Nonplusultra. Aber ich kann ihnen sagen, ich konnte nicht laufen. Das haben sogar die Spezialisten gesehen, dass ich nicht laufen konnte. Und dann habe ich aber ein bisschen weitergeschaut und so bin ich dann auf den Kibun gekommen. Und dank einer Fräulein in der Drogerie, die hat mir dann einfach gerade mitgegeben, um zu probieren, habe ich den schon ein bisschen zu Hause probieren können. Zuerst bin ich nicht so ganz dafür gewesen. Es ist nämlich dann schon etwas anderes. Es schwabbeln ein bisschen und so. Und sie hat mir auch angedroht, dass ich dann vielleicht ein bisschen Muskelkater überkomme. Aber den habe ich nicht in der Probezeit bekommen, sondern erst nachher. Und als ich das überstanden habe, musste ich sagen, er ist wirklich super. Nie mehr kalte Füsse. Und ja, der, also mein Haushalt hat ja schon drei Paare, oder? Und ich werde wiederum einen kaufen. Dank dem Kibut schwebt die Romizilten heute sozusagen durch den Tag. Den Luftküssenschuh würde sie nicht mehr hergeben. Das, obwohl sie sich den Kauf zweimal überlegt hat. Der Preis ist schon noch eine kleine Hemmschwelle gewesen, weil ich habe mir überlegt, wenn ich jetzt den Schuh kaufe und ich bin total zufrieden, dann muss ich auch meinen Mann überzeugen, weil der würde mir eigentlich auch für meinen Mann gefallen. Und so, müsst ihr euch mal vorstellen, das sind ja 500 Franken, das ist ja viel Geld, was kann man denn mit dem malen? Aber summa summarum, es hat sich gelohnt. Also mein Mann, glaube ich, hat ihn auch sehr gerne. Ja, es ist angenehm zum Laufen und wie gesagt, man hat warme Füsse, ist ja bequem und man ist einfach die Wolle drin. Ein Gesundheitsschuh, der einem ein Wohlgefühl gibt und erst noch ansprechend aussieht. Für die Romizilten erfüllt der Kibut all ihre Ansprüche. In der Zwischenzeit hat sie verschiedene Modelle für die unterschiedlichsten Anwendungszwecke. Der, den ich jetzt gerade zum Velofahren habe, sieht total schick aus, passt gut zu meinem Flyer, das kommt noch dazu. Alles muss immer ein wenig passen. Dann habe ich ein paar schwarze Lacken, mit denen ging ich sogar nach St. Moritz, weil ich finde immer, wenn ich einen schönen Mohair-Bulli habe, in schwarzen, schwarze Hosen und dann noch den schwarzen Lacken Schuh. Super, also dann fühle ich mich wirklich sehr gut. Die Romiziltene ist sehr modebewusst. Das Laufen im Kibut ist für sie ein Genuss. Den Unterschied zu einem herkömmlichen Schuh spürt auch ihr Mann. Man merkt es, dass man anders laufen tut und dass der Körper anders reagiert und dass es angenehm ist zum Laufen. Ich habe auch das Gefühl, ich laufe anders. Ich weiss zwar nicht, wie ich laufe, aber im Grossen und Ganzen kann ich einfach wirklich sagen, er tut mir gut. Und aus diesem Grund schon. Aber was er genau alles macht in mir, kann ich ihnen nicht sagen. Nur muss ich ihn immer wieder tragen, weil sonst kommt mein Muskelkater wieder. Darum hat Romiziltene auch zu Hause zum Haushalten ein Kibut an. Gerade zum Putzen ist das aus ihrer Sicht der perfekte Schuh. Also mein wirklich grosser Vorteil ist die Sicherheit. Also ich habe schon gemerkt, dass wenn der Boden feucht ist und ich muss jeden Tag die Böden aufnehmen, ich habe drei Katzen, das ist wichtig, die gehen raus, die machen auch ihr Geschäft aus, bringen sehr viele Sachen nach Hause. Dann ist der Boden nass und ich gehe vielleicht auch noch schnell raus, der Pöstler kommt gerade oder ich weiss jetzt nicht. Und dann habe ich schon gemerkt, dass mit einem normalen Schuh einfach wahnsinnig gefährlich ist. Und der Kibut, das ist wie, das hält einfach, das ist einfach gut. Ich fühle mich total sicher. Ein sicheres, gutes und angenehmes Gefühl begleitet Romiziltene, wenn sie den Kibut trägt. Sie ist richtig begeistert von der Schweizer Erfindung und kommt kaum mehr aus dem Schwärmen. So macht sogar das Putzen Spass.